Musik Hallöchen meine Lieben, hier ist wieder Peggy von PJ's Ideenreich. Ich bin unabhängig, ich bin abdemonstratorin aus Ravensburg. Und ich habe euch ja versprochen, ein paar andere Vorschläge aus dem Kartenset vorzustellen. Ein Gruß und Glück heißt das Kartenset. Man kann daraus 4, 8, 12, 16, 20 Karten machen. Und das letzte Mal habe ich euch ein kleines Minibook gezeigt und heute eine kleine Verpackung. Ganz einfache Sache eigentlich. Das hier ist eine Verpackung aus einem Umschlag, aus dem Umschlag dieser Karte. Und ich habe nicht mehr Material verwendet, als ich eigentlich hätte für diese Karte verwenden dürfen. Und zwar, die eigentliche Karte sieht so aus. Hier unten ist sie. Da sind zweimal diese Transparentblätter dabei. Zweimal die, ich meine, es ist Lavendel. Bisschen hell für Lavendel. Ja, zweimal diese Blüte. Und der Spruchband. Und diese, der Untergrund, der Hintergrund. Genau, und eben ein Umschlag. Und die Karte selber. Ich finde, diese Karte sieht nicht viel arg anders aus, als jetzt diese. Ich tue es nochmal zum Vergleich dahin halten. Und trotzdem habe ich daraus zwei Projekte gemacht. Hier kann man eine kleine Süßigkeit verstecken oder einen Gutschein zusammenrollen und rein. Euch fällt sicherlich aus einem kleinen Lippenstift, ja. Genau, und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Hier habe ich mir das Material von der Karte zusammengesucht. Einmal das Band. Zweimal Transparent, zweimal Blumen. Hier habe ich den Spruch bereits schon ausgestempelt. Das schwarze Stempelkissen ist ja auch dabei. Und ein Acrylblock wäre auch dabei. Und hier eben der Umschlag und die Karte. Zuerst möchte ich mit euch die Verpackung machen. Dazu habe ich den Umschlag erstmal verschlossen. Und zwar nehme ich dazu Tombow. Hier oben sieht man ja die Klebelasche, die auf jeden Fall zu ist. So, und dann die Ränder. So, und dann kann ich den erstmal verschließen. So. Jetzt wird der Umschlag bei einem Zentimeter gefalzt. Rundrum. Also nicht rundrum, eine Seite muss ja offen bleiben. Also eine Seite öffnen wir nachher. Und von dem her quasi die Seite, die Seite, die Seite werden ein Zentimeter gefalzt. Richtig hierbei ist natürlich auch, dass ihr die Falzklinge nehmt und nicht die Schneideklinge. Ich kann mal gucken. Ich habe jetzt nicht ein Zentimeter genommen, sondern ein halbes Inch. Das macht aber nichts. Jetzt mache ich einfach mit einem halben Inch weiter. Ihr könnt aber auch einen Zentimeter nehmen. Das verändert dann lediglich die Breite der Tüte, die noch übrig bleibt. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr den Umschlag auch aufschneiden. Dazu nehmt euch einfach die Schneideklinge und schneidet ein kleines Stückchen weg. Vielleicht auch gerade nicht so wie ich. Und jetzt ist das geöffnet. Genau. Nehmt euch am besten euer Falz rein und falzt alle alle Falzlinien einmal so rum und auch wieder andersrum, damit sich das nachher richtig liegt. Das mache ich jetzt eben mal schnell. So, und wenn ihr das habt, dann faltet ihr den Umschlag auseinander und jetzt seht ihr schon, wie sich langsam von ganz alleine eigentlich diese Tüte bildet. Also das Täschchen. Ihr heft dem Ganzen ein bisschen nach. Und die Ecken unten, die faltet ihr nach innen und klebt sie fest. Ich mache das mit Tombow und halte mit meinem Falzbein dagegen. Genau, und das muss man natürlich jetzt ein bisschen anziehen. muss man ein bisschen Geduld haben. Und dann kann ich die zweite Seite machen. Gut ist ja, dass der Tombow recht schnell trocknet beziehungsweise recht schnell anzieht. Trocknet sie deswegen ja noch nicht unbedingt. So. Und rein Theo ist das Täschchen jetzt schon fertig. Jetzt habe ich das, wollte ich das gerne nach, die Seitenlinie nach innen gefalzt haben, so wie hier, dass das so richtig wie so eine Tütchenoptik bekommt. Dazu nehme ich einfach meine Fingertuse an beiden Seiten, leicht dagegen drücken und dann kann ich das nach innen falzen. Äh, falten, nicht falzen. Genau, und dann habe ich mein kleines Tütchen. So, da mache ich jetzt oben zwei Löcher rein. Und bei der Karte ist ja eigentlich noch Band dabei, das benutze ich jetzt aber für die Tüte. ihr müsst natürlich das Tütchen zuerst füllen, eine Kleinigkeit reinmachen, was ihr auch immer verschenken möchtet und dann könnt ihr sie verschließen. Und da mir eine Schleife jetzt zu frickelig ist, weil das Band ja nicht lang genug ist, schneide ich mir einfach die Enden schräg ab und dann habe ich das auch als quasi kleine Schleife. und das sieht trotzdem nett aus. Genau. So, und so haben wir schon die kleine Verpackung. Jetzt wird sie natürlich noch dekoriert. Dafür habe ich mir diese, diese Blüten genommen und habe unsere, also es sind ja vier Aquarellstifte sind mit dabei. Die habe ich benutzt zum Kolorieren. Ich habe zuerst mit dem hellen alles ausgemalt und dann mit dem dunkleren Akzente gesetzt und so habe ich das auch beim grünen gemacht. Jetzt sieht man zum Beispiel, dass das noch eben so ein bisschen aussieht wie, ups, wo sind wir denn? wie ausgemalt. Und um diesen Aquarell-Look jetzt zu bekommen, vermahle ich das alles mit dem, ne, mit dem Blenderpen, ja. Genau. Gehe da einfach drüber. Das ist ja nicht so schlimm, wenn man da ein bisschen rausmalt. Das gibt diesen, diesen Aquarell-Look oder unterstützt den Aquarell-Look noch ein bisschen mehr. Also die Stifte sind echt super. So und jetzt sieht man eben nichts mehr vom vom ähm, Buntstift, sondern eher wie es wäre es eben Aquarell mit äh, mit Aquarell-Farben ausgemalt. Genau. So. Und so habe ich das auch mit der anderen gemacht. Ich habe, ähm, hier die die Blätter ein bisschen schattiert mit der dunkleren Farbe und wie gesagt, ich bin absolut kein Profi im im Kolorieren. Aber mit den Stiften bekommt das jeder hin eigentlich. So. Jetzt habe ich mir den genommen und ein Transparent, also so ein Transparentblatt, habe das mit einem Kludot an die Rückseite an der Rückseite befestigt, so wie mir das gerade gefällt. Und dann nehme ich mir noch ein paar Kludots, um, na, ja, um die Blüte auf der Tüte zu fixieren. So. Und das war, das war die Verpackung. Und jetzt machen wir uns noch an die Karte. So soll es aussehen. Ist ganz schnell und ganz einfach gemacht. Wir falten uns erst die Grundkarte, dann war dieses Teilchen schon ausgestenzt dabei. Da gebe ich ein bisschen Tombow hinten drauf. Klebe mir das ungefähr im unteren Teil auf die Karte drauf. Pass natürlich auf, dass es gerade ist, relativ gerade ist. dann befestige ich mir wieder die, das Transparentenblatt. Wo möchte ich Sinn haben? Da ungefähr. Nehme ich mir den Kludot. Man kann es auch mit Tombow festkleben, das ist kein Problem. Ich finde bloß, dadurch, dass es so eine glatte Oberfläche hat, trocknet der Kludot der Tombow langsamer. Und da ich einfach gerne schnell arbeite, sind die Kludot. Das ist einfach eine super Sache. Schnell und sauber. So, und dann mache ich mir da wieder Tombow hinten drauf. Ich lasse jetzt bewusst aus dem genannten Grund eben das Transparentpapier aus. So. Und dann klebe ich das so Pi mal Daumen mit dich auf. So. die Dimensiones waren im Set dabei. Da nehme ich mir drei Stück. Ich habe das Gefühl, also entweder sind sie höher als unsere normalen Dimensiones oder sie sind einfach nur fester. Aber sie sind nicht die gleichen Dimensiones, die es auch zu kaufen gibt. Aber natürlich erfüllen sie genau den gleichen Zweck. und das klebe ich jetzt auch einfach ziemlich mittig über den Strauß. Und damit habe ich schon meine Karte fertig. Das ist eine ganz, ihr seht ja wie schnell das jetzt ging, das ist eine ganz, dieses Set überhaupt, um schnell schöne Karten zu machen, ist das ein ganz tolles Set. Ich hoffe, ich habe euch jetzt auch ein paar andere Varianten gezeigt, was ihr so mit dem Set noch anstellen könnt. Ich muss mal schauen, ob ich noch ein, äh, noch ein anderes, hier, anderes Projekt finde, was ich noch machen kann, um es euch zu zeigen, wie vielseitig das Set ist. Ähm, ja. Wie gesagt, die Karten, die Verpackung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und schaut wieder rein. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like schenkt. Ähm, ihr könnt auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, da werden alle Projekte und alle Videos zu dem Karten-Set nochmal veröffentlicht. Und ja, ansonsten wünsche ich euch einfach einen schönen Tag, viel Spaß beim Basteln und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!